so zur abwechslung mal wieder der speed xs nur mal eingeworfen hier also ihr seid hier noch bei der rc heli crew definitiv aber momentan ist erstmal hier speedflasher angesagt setup 1 hat er gefunden ronnie abc schraube 475x45 mit dem ntm prop3 28 36 3000 kv vollkommen ausreichend ist am schnellsten damit man sollte nicht übertreiben erstmal ein bisschen dran gewöhnen wieder schon lange kein video gemacht hier die rampe ist hier das beste was es gibt hier so entspannte abflüge hier kein wegdrehen mehr nichts monis lieblings kurve oh ja sehr tief ja mit der anzahl der flüge merkt man auch dass das risiko ein bisschen steigt hier das ist ja doch ganz gut eingefoxt hier mit dem speed xs da schütt ich mal lustig Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wird hier nochmal eine Ehrenrunde hier, im Langsamflug, sehr stabile Fluglage. ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020